Fechten ist wie Schach im Formel-1-Tempo. Wenn ich mich dort an diese Startlinie stelle, muss ich genau im Kopf haben, was ich als nächstes für eine Aktion mache. Man hat keine Zeit mehr, dann noch danach darüber nachzudenken. Ich glaube, ich könnte sagen, dass ich früher Angst hatte, auch wirklich Angst vor einem Wettkampf oder vielleicht auch mal vor einem Gegner. Und ich würde sagen, ich habe keine Angst mehr vor dem Gegner, aber Respekt, weil das muss man auch haben. Das ist ja das, muss ich nur sagen.